was geht ab wir spielen wieder seit langem minecraft jump and fucking run wir sind auf der map ghosts weil ich hab schon gar keinen bock darauf aber egal ich weiß jetzt schon nicht wie die map gehen soll alter schlagen uns gut normalerweise habe ich jetzt schon den aufnahmen übelster auslösser es kommt schon wieder hoch alter ich in die richtung gucke die aufnahme macht faxen alter aber nur in der richtung das ist alles gut aber der richtung da müsst ihr jetzt aber auch mit leben alter das jetzt bestimmt nicht fixen das habe ich ja nur mehr arbeit oh man alter ich bin so kacke oder eine ewigkeit später nicht mal mehr die map hat bock auf meine scheiße regequit jo was guckst du mich so scheiße an so was geht ab wir konnten zu einem der jump and run hatten wir schon lange nicht mehr Die Map sieht ein bisschen besser aus. Aber man muss sagen, ich bin auch noch verletzt. Ja, hab fast mein Finger verloren. Also bitte, ne. Ich präg mir schon mal ein, wer die Scheiße hier gebaut hat, Alter. Profidecker? Profidecker? Easy. Hm. Oh Mann, Alter. Hätte man den Block nicht ein weiter nach vorne machen können? Ja, spring du Wichser. Wie hast du das gemacht? Ey. So kackig ist doch niemand. Eine Stunde später. Wir warten einfach bis her. Okay. Ich dachte, er zeigt mir den Weg, aber... Ja. Ich wusste, ich muss das so machen. Ja, und du hast was? Imagine, du bist noch beschissener als ich, Alter. Oh Mann. Aufnahme geht schon 10 Minuten. Ich hab nichts geschafft. Original. Nichts. Oh. Wo ist denn hier ein Checkpoint überhaupt, Alter? Da hinten? Ach, Mann. Ja, spring du Wichser. Wie geht das noch mal? Ey, es kann nicht sein. 13 Minuten sitze ich hier schon. Und ich hab nichts geschafft. Aber jetzt kommt wieder öfters Jump'n'Run, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich nichts geschissen bekomme. Ja, hier ist ja nicht irgendwas schweres. Zwei Stunden später. Letzter Skip für heute. Die anderen Maps machen wir nächste Folge. Das hier? Fest, oder was? Nicht mal geradeaus springt, kann ich. Ich hab einfach verlernt, wie man springt. Wie man die B-Taste richtig drückt. Dass ich überhaupt noch weiß, wie man eine Maus hält. Aber... Easy. Gibt's ja kein Checkpoint. Die Map schaff ich. Die Folge wird nicht enden, bevor ich die Map geschafft habe. Oder ich... ...geistige Schäden davon getragen hab. Egal, es ist machbar, es ist machbar. Gerade Rücken. Nacken gut positioniert. Okay, okay, okay. Checkpoint! Das ist ein Checkpoint! Fuck, ich komm nicht dran, weil ich schon gesprungen bin. Ich wusste nicht, dass das ein Checkpoint ist. Den haben wir uns aber auch verdient. So, der Ernst. Ah! Komm, komm, komm! Ja! Feuer! Das ist okay. Fuck! Fuck! Irgendwo ein Checkpoint, Alter? Jawohl! Hier oben zu stehen hab ich mir aber auch verdient. Problem beseitigt. Problem beseitigt. Oh! Egal, egal, egal. Nicht schlimm. Hä? Wie ist die Pisse da? Ja, wann soll ich denn springen? Ja! Wollt ihr mich ärgern? Hä? Ich hab keine Ahnung. Denkst du jetzt mal an, wir gehen die Schilder auf! Ja, man muss im genau perfekten Moment springen, oder was? Das ist ja ein Glück, Alter. Mö, mö. Wir sind wieder im Rennen. Wir haben das Rätsel gelöst. Ah! Wieso hab ich gedrückt? Wieso hab ich gedrückt? Okay. Okay. Wo muss ich hin? Hoch, hoch, hoch. Also was? Oh! Jawohl! Oh, da hast du ein Checkpoint. Deswegen haben wir noch. Das ist nicht okay. Oh, nee! Oh, nee! Ist okay. und man einen neuen anstellen musste. Wenn ich auch nicht hundertmal um gegen diese Kacke springe. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja? Okay. So. Hallo Freunde und willkommen zu einer Folge Jump'n'Run für Snakey, weil er das nicht hinbekommt. Wo muss ich lang? Ich bin grad... Da? Ja. So ging's mir die ganze Zeit. Du musst ja jetzt wieder... 20 Minuten wollte ich aufnehmen. Guck auf die Zeit. Muss ich... Ist das eine Map immer noch? Nee, die ersten beiden hab ich geskippt. Hä, warte, die Map hab ich schon mal gespielt, glaub ich. Mann. Oh, das ist zu wichtig. Du. Topper! Juuuuhu. Ich krieg das hin. Boah, solche Sprünge. Wuh, 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 wuh. Wuh. Ich sag's euch. Wenn das nicht meine Maus ist. Uh, okay. Äh. Darüber? Mhm. Warst du da schon? Nö. Neeeeeein! Kann ich aber bitte so anders epische Musik rein? Nö. Da würdest du auch hier weiter machen. Okay. leave. Spielsatz und sieht, dann in Ragou. Ben euch die Folge gefallen hat dann liken, abon... Oh, da kommt andersso. Liken, abonnieren! Er kennt die ganze Geschichte, da bei certainty geht's gar nicht mehr gut, da schafft es glaub ich nicht. Haut rein!